Und er hechelt schon wieder um sein Leben. Das weiß ich allerdings nicht mehr, wo ich bin. Jetzt bin ich einfach gerannt. Achso, da bin ich hergekommen. Okay. Äh. Bin ich denn lang? Nee. Okay, ich bin, glaube ich, irgendwo abgebogen in meiner Panik. Ach ja, schau an. Nämlich hier. Wo ist der Typ jetzt? Auslegt. Ich habe doch die Sicherung gerade schon gehabt. Oder brauchen wir mehrere? Der kommt schon wieder. Ob wir wohl mehrere brauchen dann? Okay, ich warte mal ganz kurz, dass der wieder vorbeikommt. Und dann gehe ich da rein, wo der jetzt reingerannt ist. So mache ich das. So und nicht anders. Lauschen. Okay, wir brauchen also mehrere Sicherungen, während hier so ein Irrer rumrennen und auch uns einprügeln will. Das ist doch wunderschön, oder? Kommt er jetzt auch nochmal? Ich hoffe, dass der nochmal kommt und da drüben hingeht. Da, in das Loch. Äh. Der kommt jetzt aber nicht irgendwie von hinten, oder so, ne? Manchmal ist die Musik auch echt fies, ne? Da macht die so ganz merkwürdige Geräusche. Na, Junge, wo bist du? Ich trau mich hier nicht raus, solange der da drin ist. Wo ich hin will. Na? Boah, jetzt steht die schon wieder so feige hier rum und bewegt sich nicht. Ja. Na los, Junge, wo bleibst du denn? Da kommen Schritte. Und irgendwo zerbricht Glas. Da ist er. Okay, der läuft also auch immer den selben Weg. Das ist schon mal sehr gut. Gott, hier werde ich mich wieder hoffnungslos verfransen. Ich seh das schon kommen. Hi. Pray for a revelation. Was? Ich geh mal eben hier rein. Mal gucken, ob der Typ auch hier hinkommt. Ja, okay. Das wird jetzt wieder ein kleines Wartespiel. Das tut mir ein bisschen leid, aber ähm, ich geh lieber auf Nummer sicher. bevor ich nämlich immer und immer wieder von vorne anfangen muss, da mich irgendwer tötet. Also der Axtmann da oder der Beilmann scheint jedenfalls nicht auf uns losgehen zu wollen. Noch nicht jedenfalls. Aber vermutlich tut er das, wenn ich nur nah genug an ihn herankomme. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Okay. Ich meine, hier sind doch nicht umsonst Dinger zum Verstecken, wenn der hier nicht herkäme, oder? Da sind Schritte. Er kommt. Ich hab genau die Schritte gehört. Ist er jetzt hier drin, ne? Eine Tür hab ich, glaube ich, noch nicht gehört. Ach komm. What's all it? Bewegt er sich? Nein. Noch nicht. Oh, hier kann man rein. Ah! Da liegt die andere Sicherung. Beziehungsweise eine zweite. Gib mir das. Und jetzt geh ich da noch mal rein. Was? Ah! Bist du bescheuert? Puh. Ja. Ich hab tatsächlich nur Angst. Das hast du ganz richtig gesehen, Freund. Jetzt steht er da draußen. Und jetzt? Jetzt rennt der mir auch noch nach, oder was? Oh, nee! Okay, ich muss ja ja früher oder später raus. Hast du mich in Ruhe? Oh, shit. Hier ist der nächste. Nein. Okay, der kommt wieder hier hin. Dann muss ich mich noch mal unter dem Bett da hinten verstecken. Es tut mir jetzt leid. Oh, Mann. Okay, wir haben eine zweite Sicherung. Hoffentlich brauchen wir nur die beiden. Das wäre schön. Und dann war da so ein Schlüssel. Und dann muss ich vielleicht da hinten dann nur noch mal rechts rum. Und dann hätte ich es eventuell geschafft. Das fände ich toll. Na, kommt der jetzt oder kommt der nicht? Das ist ja auch krass, dass der so verkehrt rumhängt, ne? Sieht man jetzt gar nicht so gut wegen dem Tisch, aber... Drive in the nails. Na, Junge, bleibste. Ach ja, das ist wieder ein Wartespiel. Aber lieber ein bisschen sicher gehen, als... Immer wieder von vorne... Ja, die Finger, ne? Muss das nicht langsam auch mal irgendwie faulen oder so? Und dann dementsprechend stinken? Da ist er doch. Guten Tag, junger Mann. Hier gibt es nichts zu sehen. Bitte gehen Sie weiter. Genau, tschüss. Ja. Ich könnte das hier auch zumachen. Ich frage mich nur, was das dann bringen soll. Okay, der ist schon weg. Nö. Der wird jetzt nochmal hierher kommen. Nein, er geht da drüben rein. Oder? Nope. Haben wir es? Boah. Wir haben es immer noch nicht. Okay, gehe ich mal hier lang. Und da rein. Oh, wow, wow, wow. Stand da gerade noch drei? Das ist ja ekelhaft, ne? Ich meine, noch drei Sicherungen. Bin ich ja ewig beschäftigt hier. Und dann habe ich auch gar nicht so mega viele Batterien, habe ich irgendwie das Gefühl. Ich will ihn schon rennen. Hi. Aua. Okay, keinem lassen schon mal, wo ich bin. Oder wo ich hin muss. Okay, der ist wieder gegangen, oder? Nein. Jetzt geht er. Okay. Invite the War Rider. Springt der jetzt auf? Kommt jetzt der War Rider an die Ecke? Fuck, Mann. Oh, Batterie. Schön. Findet der mich hier? Okay. Noch eine Batterie. Äh, eine Sicherung. Fehlen immer noch ein paar, ne? Hier sind sogar zwei Batterien. Nehme ich gerne. Vielen Dank. Scheiße. Aua. Puh. Okay, da ist er. Er dreht gleich um. Oh Gott. Ist das furchtbar gerade. Aber den finde ich ja nicht ganz so schrecklich wie den dicken, muss ich ja echt schon mal sagen. Und das Gute ist, man kann immer ganz gut mit denen im Kreis rennen, wenn man nicht so genau weiß, wo es hingeht. Und rennt man einfach ein paar Mal um den Tisch oder so. Und dann kann man sich immer kurz orientieren und dann kann man sich immer kurz orientieren, so ein bisschen. Okay, wo ist der jetzt, die Frage? rein da. Rein da. Hallo? Muss ich da nicht rein? Scheinbar nicht. Wozu habe ich das denn jetzt aufgemacht? Fuck. Ja. Keine Ahnung. Ich habe Angst, da kommt der, äh, Cut. Ich habe Angst, da kommt der, äh, Cut. Ich habe Angst, da kommt der, äh, Cut.